Gibt es eine Möglichkeit, rassistische Vorfälle zu melden, wenn möglich auch anonym? Und was passiert mit dieser Information? Ein weit verbreitetes popkulturelles Beispiel zum orientalistischen Othering stellt der Film Aladin dar. In meinem Umfeld, sei es an der Uni oder im Freundeskreis, frage ich mich oft, wie ich mit nicht richtig verwendeten Begriffen oder rassistischen Aussagen umgehen soll. Eingreifen, eine Diskussion starten? Auch Widerstandsgeschichten beispielsweise von jüdischen Menschen in Nazideutschland oder auch in Osteuropa und so weiter oder ganz Europa eigentlich, das ist auch etwas, was halt kaum erwähnt wird und die einzige Widerstandsgeschichte, die gezeigt wird, ist Sophie Scholl. Untertitelung des ZDF, 2020